Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Chronicles India mit dem Lucas alias Iblath Entertainment und dem Leo alias Iblath Entertainment. Ha, Spielfortsetzen. Hi! Ich hab eine etwas eher unschöne Nachricht? Weiß nicht? Die Parts werden kürzer. Das sollte die Briten beschäftigen. Na, lass uns Slimee finden und sehen, was andere Schäden dieses Platz hat. Was darunter liegt, möchtest du? Gerne, 1841. Nein, ich meinte Spielen. Aber du kannst auch gerne vorlesen. 1849 Afghanistan Vorläuferstätte von Herat. Während die afghanischen Truppen die Templer beschäftigen, folgt Arbas Slimean in die Zitadelle und entdeckt eine weitere Vorläuferstätte. Was auch immer sich dort befindet, Arbas weiß, dass er es von Sfor Slimean erreichen muss. Das schon wieder ein zeitbasiertes. Viel Spaß, Lukas, der am Controller ist. Los, die gates! Wir haben einen Zeitdruck, Lukas! Wie kommen wir denn da runter? Na wie wohl? Oh, wir brauchen das ja eh nicht, oder? Wir haben einen Zeitdruck, Lukas. Ja! Wow, nice! Oh, du musst da in die Mitte. Da ist er! Hast du gesehen, wo du hin musst? L, L, T, A. So! So! Soll ich nochmal? Drei Versuche, danke. Weil das sieht schwerer aus. Drei Versuche jeder. Wie konnte er denn wissen, dass das hier war? Geh! Du! Du! WTF! Willst du mich ver- Der hat sich umgedreht! Das war nicht der, den du ausweichen wolltest mit dem Kreis, sondern ein Typ der Brigade hat sich umgedreht. Warte, 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 warte! Ja! Da kommt gleich, ja, da kommt gleich das Augenzeichen. Fuck! Ey, der Schulterblick! Der hat dich gefickt! Der hat dich royal gefickt! Oh! Mit Käse! Mit Käse! Oh, da musst du schnell sein! Von einem zum nächsten! Hä? Wie soll ich denn das machen? Ich hab keine Ahnung! Äh... Mach du! Ich glaub, ich weiß wie! Äh... Steuerung! So viele Spiele heute aufgenommen! So wenig Zeit! Tja! Rüfungszeit, Scheiße! Hmhm... Wie wussten sie sogar, dass das hier war? Das war's los! Ich hab's alles über diese Sachen! Wahrscheinlich! Haha! Ich hab noch dran gedacht! Ich hab noch dran gedacht! Ich hab noch dran gedacht! Willst du mit- Du hast ein bisschen zu lange gebraucht! Was? Du hast ein bisschen zu lange gebraucht! Okay! Danke für den Rat! Okay! Jetzt kommt erstmal die eine Wache! Genau! Hm? Was? Ja, eigentlich sagen dir die blauen Dinger schon, was du machen musst, oder? Oh ja! Ich hab's verkackt, ne? Bist du nicht unsichtbar während? Ne! Ich hab's zu lange gebraucht! Was? Weißt du, wenn ich dir einen Versuch freigebe? Probierst du's dann einfach so? Oh! Oh! Was? Das war nicht... Das war nicht der... Du warst zu weit weg! Ich bin aber näher ranken! Okay, den hattest du auch frei! Danke! Merci! Muss ich ihn töten? Ne, ich muss ihn nur unbemerkt verfolgen! Meine Güte! Ah! Dann konzentrier dich! Konzentrier dich, du Arsch! Okay, den kriegst du auch frei! Du willst das bloß nicht als erster machen, oder? Ja! Ich hab vergessen, wie's geht! Y! Achso! Dann drückt Y! Nein! Verdammt! Aber jetzt wird! Go! Doch, du bist unsichtbar währenddessen! Natürlich! Ich glaub, jetzt kannst du's ausmachen! Gleich! Ähm! Nochmal Y zum Ben? Ne, einfach rausgehen! Das war nicht klug! Nicht schön ganz! Mach du! Oh, jetzt muss ich... Ich muss das aber nicht mal von Anfang an, oder? Doch! Ach, nö! Der schaut nicht nach oben! Du musst klettern da! Rote! Ja, schon klar! Ich bin da... Oh, da ist er! Oh, ja! Ah! Oh! Interesting! Voll! Waa! Heh! What? Geh weiter! Careful! I always am! What? See to it that you do a better bloody job, keeping this engine steel than the last one! Das bloody hat mir gefilmt! Weck nach oben? Tue ich grad die ganze Zeit! Okay, dann geht's noch nicht! Ah, du musst unten erstmal drehen, siehste! Ich komm hier aber auch nicht runter! Da ist ne Leiter! Oh! Danke! Bitte! Immer wieder Kerne! Ach, die Trubel will er gar nicht erst aufmachen! Wir haben... Wir sind ja voll! Ah, okay! Also, ich bin nicht voll! Hä? Nett! Nett! Ja, komm wir gar nicht durch! Angriff! Schau mal! Vielleicht musst du erstmal was runterfallen lassen, bevor du das durchfällst! Glaub ich nicht! Nein! Das linke! Oder war es das? War es das da? Krass! Jetzt kannst du von der anderen Seite da rein! Bestimmt total unauffällig! Du bist ja keiner da, um das zu hören! Ist ja keiner da! Ist ja keiner da! Ist ja keiner da! So! War das mal noch! Ach! Dann kommen wir auch endlich auf beiden Seiten durch! Mhm! Du musst aber jeweils wieder zurück! Glaube ich! Sieht jedenfalls so aus! Ein bisschen! Wow! Oder auch nicht! Ach, das war es erstmal dafür! Ah, dann musst du dich oben anfangen? Kack sind? Nein! Doch! Nein! Okay! Wie kann ich mich nochmal abrollen? Äh, RT drücken bei der Landung! Oder LT! LT oder RT! Hm! So, jetzt musst du dich an die Gewichte hängen! Du musst RB! Oder... Oder so! Oder so! Uh! Bleibt es? Lass dich mal fallen! Ja, bleibt! Okay! Jetzt ist gleich auf der Seite! Dann ist er easy! Same procedure as other side, James! James! Pfff! Der gleiche Prozedure as every side! Hey, auf jeden... Er ist an every side! Miss Sophie! Oh oh! Same procedure as last year, Miss Sophie! The same procedure as every year, James! es kann kein silvester geben ohne dinner for one doch mein vergangenes silvester ich war etwas deprimiert als wir das ist ja nicht mal aufs handy geladen oder so und dann ja ich war auch sehr depressiv hinterher ich habe es mittlerweile vor einem jahr vor einem jahr letztes jahr also nicht also 2014 auf 2015 habe ich es auch nicht gesehen ich habe es immer dann als ich wieder zu hause war angeschaut ok jetzt muss ich nachholen ja aber erstmal erstmal die stangen runterrutschen ja wie ein wahrer assassine feuerwehrmann ich wollte auch assassine sagen ich weiß nicht woher das jetzt kam feuerwehrmann oh mein gott glücklicher ja du musst im bürgeln gehen das stimmt das stimmt das ist das ist eine kurze hohoho holy moly das macht spaß oder das fordert ein gewisses maß an konzentration aber das ist geschafft aber passt ohne probleme das war schon close das war schon close wieso sagt er es so häufig keine ahnung vielleicht weil es knapp war es sagt in street chronicles das war knapp ja nein well played so well played sobald du drauf trampest ne jo